Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Teil in unserer Blender-Tutorial-Reihe. Diesmal geht es um Extrudieren und die Inset-Funktion. Beide sind sich sehr ähnlich und können ausschließlich im Edit-Modus angewendet werden. Wir wechseln mit Tabulator in den Edit-Modus und dann mit der Taste 3 in den Face-Select-Modus. Wenn wir mit einer Fläche das I anwenden, können wir eine zusätzliche Fläche hineinschneiden. Solange wir noch nicht die linke Maustaste betätigen, können wir die Skalierung angeben von unserer neuen Fläche und dann mit der linken Maustaste bestätigen. Jetzt haben wir eine neue Geometrie hinzugefügt. Wir haben jetzt fünf Flächen anstatt einer und können die wiederum mit G oder mit S oder mit R weiter bearbeiten. Das war der Inset-Befehl und der Extrude-Befehl funktioniert mit E. Wenn wir eine Fläche mit unserem Face-Select-Modus anwählen und E drücken, dann ziehen wir neue Geometrie hinaus, anstatt sie zu insetten. Das bedeutet, wir haben jetzt einen zweiten Block an unserem bestehenden Würfel. Dabei haben wir allerdings keinen abgeschlossenen Block, denn er erschafft keine zusätzliche Volumen, sondern ausschließlich zieht er die Fläche hinaus und füllt die einfach mit so einer Art Bridge. Wir können uns das auch anschauen, indem wir eine von diesen Flächen weglöschen und auf Faces drücken. Und wir können in den Würfel hineinschauen und uns davon überzeugen, dass er weiterhin hohl ist. Das bedeutet, die Fläche, die hier war, ist einfach nur hinausgezogen und nicht zusätzlich angesetzt. Lasst uns mal das Beispiel an einem besseren Modell zeigen. Drücken, entfernen und erstellen uns einfach einen neuen Würfel. Diesen Würfel möchten wir jetzt in der Mitte zerschneiden zum Beispiel, scalen ihn etwas nach innen, dann schnappen wir uns die obere Fläche mit dem Face-Select, insetten das Ganze, extruieren es, scalen es nach außen, insetten es wieder, extruieren es nach außen und scalen es wieder auf. Solche Formen lassen sich also extrem schnell zusammenbauen und alles nur mit den zwei Funktionen des In-Settings und des Extruierens. Sehen wir uns mal an, was passiert, wenn wir das Ganze mit einem Zylinder anstellen. Wir bauen uns einen Zylinder, setzen unsere Faces ein wenig nach unten. Mit GZ1 heben wir ihn genau auf die Nullkante. Dann gehen wir in den Edit-Modus, Face-Select und insetten. Hier werden wir also an jeder Kante eine neue Linie nach innen ziehen und können das Ganze auch wieder so extruieren und so weiter. Das bedeutet, wir sind nicht auf eine geometrische Form wie einen Würfel angewiesen. Er wird seine Extrusion immer ausführen, egal ob es sich um eine geometrische Form wie einen Würfel handelt oder sogar nur um einen Vertex. Und genau das probieren wir jetzt aus. Damit wir unser Objekt nicht komplett verlieren und einen einzelnen Vertex anlegen müssen, sowas funktioniert nur über ein Add-on, werden wir einfach in den Edit-Modus, in den Vertex-Select-Modus gehen und wir markieren mit A alle Vertexes und dann einfach mit der gehaltenen Shift-Taste einen ausschließen und entfernen Vertices. Jetzt hat unser Objekt hier nur noch einen Vertex. Wir gehen in die Seitenansicht und versuchen hier zu extrudieren. Eins, zwei, drei, vier. Und wir haben eine Verbindung aus vier Edges und fünf Vertices. Wir können diese Vertices hier unten einfach verbinden, indem wir wieder unseren N-Panel öffnen, dann unter Tool, Options, Auto-Merge aktivieren und unseren Magneten oben und dort auf Vertex schalten. Das kennen wir bereits, das haben wir in einem der letzten Tutorials gelernt und können hier mit G unseren Vertex einfach auf die andere Vertex ziehen. Der verbindet sich magnetisch und wenn ich mit G das Ganze bewege, sind die verbunden. Ich kann nun entweder über den Border-Select oder wieder über die Taste A alles markieren und ich versuche es mal zu extrudieren. Und es funktioniert einwandfrei. So kann ich Geometrie schaffen aus nur einem Vertex ohne Probleme. Und auch hier lassen sich natürlich wieder alle Flächen hinsetzen. So, erneut löschen wir unseren Würfel und jetzt zeige ich etwas, was mit loser Geometrie zu tun hat. Also wir bauen uns wieder unseren Würfel auf. Das Operator-Panel können wir klein machen. Gehen in den Edit-Modus, in den Vertex-Select-Modus und extrudieren einen Vertex. Diese Geometrie existiert nicht, wenn wir sie exportieren. Das liegt daran, dass er keine Fläche bilden kann. Das bedeutet, wenn wir das Ganze in eine Game Engine exportieren, dann wird er es nicht darstellen können. Damit wir so etwas nicht versehentlich mal machen, denn so etwas ist zum Beispiel relativ schwer zu sehen in einem größeren Modell, gibt es eine Funktion, um so eine Geometrie aufzufinden. Dafür markieren wir alles mit der Taste A im Edit-Modus, drücken F3 für unsere Suche und gehen auf Loose Geometry. Da gibt es jetzt ein kleines Problem. Ich möchte eigentlich die lose Geometrie löschen. Wenn wir Select-Lose-Geometry machen, dann findet er es nicht. Also markiere ich alles, F3, und sage Delete-Lose. Wenn ich Delete-Lose mache, wird er meinen überflüssigen Vertex löschen. Denn es ist ihm klar, dass das hier keine Geometrie ist, die irgendwo dargestellt werden kann. Eine Edge alleine ist so klein, sie existiert gar nicht. Von daher kann sie auch nicht gerendert werden und nicht dargestellt werden. Nur Flächen. Also ist das eine Möglichkeit, wie wir so eine lose Geometrie loswerden können. Ein zweiter Punkt wäre ein freier Vertex, der einfach so im Raum ist. Der kann entstehen durch Duplikation, nicht durch Extudieren. Wenn ich einen losen Vertex habe, dann ist der an sich nicht besonders schlimm, aber es ist kein korrektes Modell, wenn wir so ein Ding rumfliegen haben. Auch so einen kann ich auffinden und löschen, indem ich alles markiere, F3, und Delete-Lose klicke. Jetzt wird auch dieser Vertex gelöscht. Wir gehen in den Face-Select-Modus und kopieren unsere Fläche und snappen versehentlich diese Fläche wieder mit Rechtsklick an. Damit haben wir den Ort wieder auf 0 gesetzt, aber es sind zwei Flächen. So etwas lässt sich sehr schlecht wiederfinden und ergibt uns später beim Modeling ernsthafte Probleme. Besonders, wenn wir mal ein Objekt kopiert haben. Mit Linked Objects können wir es markieren. Wir sehen auch hier nur ganz, ganz schlecht, dass wir hier eine doppelte Face haben. Aber später im Texturieren wird es zu sehr hässlichen Fehlern kommen, wenn wir es so weitermachen. Und auch beim Animieren blättert dann natürlich die Schicht, die nicht animiert ist, einfach ab. Von Physik wollen wir hier gar nicht anfangen, was das alles für Probleme machen kann. Zum Beispiel markieren wir ein Objekt. Vergessen, dass wir es noch hier haben, denn auch hier ist mit einem Rechtsklick natürlich die Lokationsänderung nach dem Duplizieren aufgehoben. Und wenn wir es mit G fortbewegen, sehen wir, dass es immer noch da ist. Aber im Grunde haben wir keine Chance sonst zu finden. Selbst im Outliner sehen wir hier kein zweites Objekt, weil es ja immer noch Teil unseres Cubes ist. Wir sind ja im Edit-Modus und damit bearbeiten wir ausschließlich ein Objekt. Hier hilft uns Gott sei Dank ein Tool. Das ist im Vertex-Select-Mode mit A alles markieren. Die Funktion F3 zum Suchen. Merge by Distance. Mit Merge by Distance können wir Vertexes wie mit dem Auto-Merge hier rechts oben verbinden, sobald sie sich eine Lokation teilen oder sehr, sehr, sehr nah aufeinander liegen. Und dann verbindet er die alle zu den einzelnen Vertexes zusammen, die aneinander kleben und verschweißt sie miteinander. Und somit verbinden sich auch die zwei Flächen, die wir vorher hatten, zu einer Fläche. Wenn wir hier in den Face-Select-Modus gehen, es ist eine Fläche geworden. Das ist extrem wichtig, wenn wir ein komplexes Modell haben. Bevor wir es exportieren, ganz wichtig, vorher alles markieren im Vertex-Select-Modus. Alles markieren. F3 Merge by Distance. Sollten wir hier nicht direkt zum Erfolg kommen und immer noch lose Geometrie haben, dann können wir das Panel öffnen und uns ihre Distanz einstellen, ab wann Vertexes miteinander verschmolzen werden. D Bring the